Seidio, liebe Freunde, willkommen zurück bei Ufer und Human Fall Flat. Die üblichen Verdächtigen, die drei Hampelmänner da, sind natürlich auch dabei. Hi. Hallo. Hi. Ich nehm das Ruderboot. Warum redest du so komisch? Ich bin Vollerter. Wir nehmen die Hände zum Himmel und ihr lasst mich... Ihr lasst mich zurück, ihr Schweine! Nicht nur hier! Nein, lasst mich los! Nein, ich will rein! So, ich bin drin. Du darfst bei mir nicht rein. Oh, Leute, wir sind alle im Boot. Wie schön! Wer rudert? Es rudert irgendwie keiner. Wir müssen da rüber! Rudert! Ich rudert gar nicht. Wie rudert man denn? So. Ich bin auch noch nicht so ganz verstanden. So, und vorwärts. Und vorwärts. Und zwei, und eins. Land voraus! Und ein, zwei. Ich muss irgendwie zurück. Moment. Äh, nee, andersrum. So. Und... Wie geht denn da? Kropsch, ich schmier das Ding mir mal. Nein! Verdammt, das hat nicht gerecht. Oh, da wird es einmal... Moment, rückwärts! Oh Gott! Wie sollen wir denn hier rudern? Und dann ist es... Richtig blöd! Also... Oh, da wird es einmal hier von der Kameraführung noch schlechter als schlecht. Ich... Ich rudert euch mal nach vorne, ne? Ich rudert... Ach... Hörst du gerade? Nee, was machst du denn? Ich... Ich zieh euch! Ach, wie süß! Hallo! Willst du mir überhaupt da hin? Ja. Ich glaube nicht. Wir müssen da hoch. Aber warum müssen wir nicht zu dem großen Boot da drüben? Ich würde auch zu dem großen Boot da drüben. Ja, dann gäbe es dir den großen Boot. Da drüben ist doch ein großes Segelboot. Ja, stimmt. Wir müssen da eigentlich hin. Ja, aber wollte ich gerade sagen, weil das hier funktioniert ja nicht. Ja. Irgendwie müssen wir zu dem großen Boot. Erst im Laufe vom Ende muss das ja irgendwie dann angemacht werden, gehe ich mal davon aus. Wie soll das denn funktionieren mit dem... Wuhu! Dann ist es irgendwie vorwärts. Oh, 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 oh. Warum nehmen wir hier jetzt nicht das Motorboot, wenn wir es ins Wasser kriegen? Ach, da ist ein Motorboot. Wie cool! Das liegt hier am Strand. Man kann es heben, aber ich kann es nicht alleine ins Wasser ziehen. Vor allem, ich wieder vergesse, gehe ich da gleich hoch. Zieh! Zieh! Schieben! Schieben! Schieb doch mal mehr! Ich nicht! Wo zieh? Wo soll ich noch mehr hinziehen? Nein! Nein! Ins Wasser! Ich zieh doch ins Wasser! Machen wir doch! Wohnen wir doch! Sehen jetzt alle hoch! Hoch, Leute! Wir sollten es vielleicht jetzt mal komplett von Land kriegen. Ja, die Frauen... Die Frauen guckt zu, was die Männer machen. Sie sind immer noch nicht im Wasser. Genau! Hoch, jetzt! Nein, natürlich nicht, aber wir haben es gleich! Wir haben es gleich! Macht ihr super! Wir müssen uns opfern! Wahrscheinlich! Wie immer! Nein! Ah! Ich hänge am Boot fest! Genau, Lena! Wir düsen es einfach weg! So! Ich düse an den Strand! Schön! Toll! Ja, geh doch rauf! Ich habe es! Ich bin da! Gut! Und du, Jay? Jay ist opfern! Ich habe mich fest! Au! Du sollst dich nicht an mir festhalten! Near! Far! Wherever you are! Im Land geht die Tal aus meinem Gesicht! Warum geht es nicht? Was ist hier los? Ah! Nein, Sam! Was ist hier los? Lena? Ich versuche, aber es ist... Wir sind jetzt wieder fast am Strand! Lena, gib mal da weg! Hey! Andersrum! Ja, so! Und jetzt! Noch ein bisschen! Und jetzt! Ah, ihr haltet euch an hier fest! Ich versuche es ein einziger Schwabbeln! Los! Woher wenn ich das sehe... Ich versuche es ein zu schwabbeln! die euch da... Nein! Ja, jetzt können wir auch nicht wegfahren, weil wir stehen... Nein! Nein! Hilfe! Hilfe! Schnell! Oh nein! Warte, warte, warte! Ich muss erst hochhüpfen! Stopp! Oh nein, wir stehen wieder falsch rum! Ja, aber jetzt hätten wir immer wieder Wasser! Ob das jetzt so wickelnd ist? Oh, ich komm nicht hoch! Ich hab's geschafft! Ich nicht! Ich halte mich fester Boden! Lass los! Tu ich gerade! Was macht denn dein Arm da? Ich weiß nicht! Ja, halt dich jetzt da fest mit dem Einhaben! Ja, mach ich doch! Nicht du! Du! Bist du Lena? Was macht ihr denn da? Versuchst den anderen Arm hochzukriegen! Ja, jetzt! Wuh! Du schaffst doch schon! Oh Gott! Ja, jetzt! Ein geschafft! Hilfe! Moment, ich helfe dir! Nein! Nein! Ich fliege zu weit! Hinter uns ist ein riesiger Anker! Äh, Fracht-Container! Ich ziehe! Ich ziehe! Ich weiß nicht, ob ich ihn hab oder das Boot! Ne, ich hab ihn am Ohr! Hab ich? Hab ich! Du hast mich! Ja, du hast mich! Ich hab dich! Lass los! Es geht nicht! Ja! Ja! Nein! Bin ich wieder runterfallen! Dann fahr, Vivi! Fahr! Ja... Wie? Andere Richtung, Vivian! Du musst in die andere Richtung! Das Boot fährt immer gegengesetzt! Genau! So! Und dann... Wo ist er? Ey, warte doch nicht! Nein! Nein! Stopp! Wir gehen hin! Halt! Lass los! Oh nein! Lass los! Nein! Oder du fährst wieder zu ihm! Nein! Okay! Wir fahren halt im Kreis! Wo ist er denn? Da ist er! Da ist er! Hier zu mir! Jetzt einlenk! Lenk! Ja! Genau! Noch ein bisschen mehr! Noch ein bisschen mehr! Noch ein Spiegel! Da kann ich hoch! Ich bin da! Ich ziehe mich hoch! Ich komme! Ich helfe mit! Okay, wir fahren! So! Willst du jemand von euch fahren? Nein! Immer die gegengesetzte Richtung! Andersrum, Jay! Geht gegengesetzt! Oh! Du musst immer in... Gegengesetzt! Ja! Du sagst das hier noch und machst das selben Fehler! Äh, ja! Hallo Strand! Wir lieben dich zu sehr! Wollen wir mit dem Ding nicht Rückkehrs fahren? Nee, leider nicht! Los, jetzt gib doch mal Gas mit dem Ding! Ich mach's doch! Moment! Ich drück's wieder raus! Warte, ich helfe! Ich hab losgelassen! Okay! Sehr gut! Ah! Moment! Schwimm, schwimm, schwimm! Nein! Du hast doch nen Rettungsschwimmerring an! Ah ja! Nein! Oh nein! Oh nein! Lass mich hängen! Nein! Nicht fahren! Denkt an mich, wenn ihr auf der anderen Seite seid! Ah! Ihr seid jetzt zu weit weg für mich! Bibi! Ja! Oh, ich hab's geschafft! Nein! Ihr seid zu weit weg! Hättest du ja auch nicht mehr retten können! Ah! Hä? Ich? Ne, ich war der andere Seite gegangen! Ich konnte ihn nicht retten! Nein! Bibi hätte dich retten können! Hallo? Wie wie das aussieht! Was machst du denn? Wir sollen doch nicht im Kreis fahren! Jetzt fahren wir schon wieder an den Strand! Ja, ich bin hier auch noch! Hallo! Wir kommen nicht mehr weg an den Strand! Hallo! Moment! Ich komme! Moment! Das reicht schon! Okay, jetzt fahr rüber! Ich häng am Boot! Fahr rüber! Entgegengesetzt! Entgegengesetzt! Ich weiß es nicht! Ich war netten zu dem Kontrollen! Containerschiff! Äh! Ich ruge direkt! Äh! Huch! Ich glaube nicht, dass das funktioniert! Äh! Lena! Lena! Okay! Wir können da nicht hin! Ne! Hallo! Ich werde jetzt blatt gemacht oder was? Werden wir jetzt hier alle einfach sterben? Verschollen auf See! Wir können uns immer noch gegenseitig essen! Ja! Oh! Ich habe keine Kraft mehr! Doch! Habe ich! Laute! Geradeaus! 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 Zu dem anderen Boot! Hier steht mir! Wie wie geht man da hinten aus der Ecke weg? Ich halb mich von hier vorne! Ja wie? So! Ja so! So! Einmal zu dem komischen Holzboot! Warum sollten wir eigentlich das Holz... Holzboot nehmen? Schaut hier! Gib Gas! Es sollte schon reichen! Äh! Wer schafft! Das Floß haben! Ähm! Wir sind doch eigentlich schon ziemlich schlau, oder? Warum? Ja, dass wir schlau sind, ist mir auch klar! Und jetzt? Ähm! Was... Was ist denn, Vivi? Müssen wir nicht da hoch? Ja, wir müssen da hoch! Aber wie kommen wir da hoch? Was holt da hoch? Hm! Weil hier geht ja irgendwie ein Weg noch! Los, macht Platz! Wir fahren jetzt da rüber! So! 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 Äh! Aber da kommen wir auch nicht hoch! Ne, da kommen wir nicht hoch! Oder auch nicht! Stell das... Das Segel in den Wind! Wo ist denn der Wind? Keine Ahnung! Uh! Ja! 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 Ich kann's hier rüberziehen! Sehr gut! Ehrlich? Juhu! Wir sind's hervorragende Wurteil! Holzbrot! Und schieben ist da vorne an die Wand! Das Holzbrot? Hm! Haltens klar! Das Holzbrot! Natürlich! Lena! Lena! Ach man! Du wirst so gemein! Du... Lena, du wirst schon mal nicht Ingenieur oder so! Dem Ingenieur ist nichts zu schwören! Außerdem bin ich blond, ich darf das! So! Jetzt mal hoch! Äh! Äh! So! Sind wir schon... Wir sind schon an der Wand! Wir haben das geschafft! Ja, wir sind schon an der Wand! Sollte dran sein, ja! Jupp! Die Frage, ob wir... Kommen wir da jetzt hoch? Keine Ahnung! Kommen wir da jetzt wieder nicht hoch? Äh... Nope! Das war ja eigentlich noch viel zu leicht, weil da der Ausgang ist! Versteh's nicht! Warum... Warum gibt's hier so viele Boote? Irgendwie einen Sinn muss das doch haben! Ja! Denk ich mir auch! Versteh ich nicht! Oh, schön! Also da oben ist das Exit auf jeden Fall! Warte mal, wenn wir das... Aber ich... Können wir vielleicht das zweite Boot oben drauf stellen? Na, ich schieb mir mal das Boot mal hier rüber! Hier rüber! Ich schieb das mal hier zu mir! Noch ein bisschen... Ach ja! Da ist ein bisschen mehr Düne! Ja, ich seh's! Moment! So, ich komme! So! Und einmal rüber! Funktioniert gut, Sam! Ja! Komm! Ich komme! Ich komme! Auf die andere Seite! Atemübungen! Rumschaft! Atemübungen? Ja! Ich wusste nicht, dass wir grad beim Longfahrrad sind! Du willst es jetzt da hochschleppen, oder? Ja! Hier hin! Hier zu wo ich stehe! Da hin! Hoch! Und dann rüber! Los! Los! Mehr Kraft! Wir brauchen mehr Kraft! Geht nicht! Ich mach schon den Limbo unter dem Ding! Los! Los! Du gehst ja auch in die falsche Richtung, Sam! Falsche Richtung! Hoch! Hoch! Wir müssen nach da oben! Ich geh doch hoch! Du gehst nach rechts! Das stimmt nicht! Doch, du gehst nach rechts mit dem Schiff! Nein, ich geh nach oben! Ich bin berghoch! Sind wir jetzt schon drüben? Ja, wir sind schon! Warte mal! Das reicht! Das reicht! Das reicht! Wir sind schon! Das reicht nicht! Das reicht nicht! Das reicht nicht! Das ist ein Mussungsstück! Ich muss doch irgendeinen anderen Weg gehen! Schieben! 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 Lena, schieben! Achso! Entschuldigung! Ja, noch ein Stück! Es wird nicht mehr fehlen! Noch! Noch! Ich kann nicht mehr! Doch, das kannst! Du willst doch nicht! Doch! Ich kann nicht mehr! Das gibt's doch nicht! Das muss doch mal hier in die Ecke gehen! Das sollte, glaube ich, reichen! Meinst du? So wie eben! Au! Nicht bewegen! Hör auf! Hör auf! Ich kann nicht! Ich wurde geplättet von dem scheiß Boot! Nein! Wir müssen wieder rüber! Ne, wir sind wieder weg! Wir müssen wieder dran! Müssen wir gar nicht! Ich bin oben! Er hat's geschafft! Stopp! Speichert's! Juhu! Ich muss erstmal weiter hoch! Well! So, jetzt bin ich hier oben! Das Exit! Wow! Das wackelt voller Schiff! Ich bin beim Ausgang! Hm! Kann was noch mal irgendwie hin? Lass mich raten dahin! Sollten wir nicht! Äh, kann man jetzt so sagen! Ja, ich bin jetzt woanders! Kann das, speichert das hier? Ich komm mich hoch! Sieht mich irgendjemand mal an! Jetzt häng ich mir im Arsch voll in der Luft! Das sieht aus! Nein! Ich kann auch nicht! Ich bin doch gar nicht oben! Jetzt sind wir da richtig oder nicht? Nein! Wir müssen oben auf den Berg kommen! Ja, aber wie ist das? Mit der Seilwand ist immer hoch! Dann müssen wir da rüber! Dann müssen wir da den Schalter anmachen! Das heißt, das ist das... Das ist das Ende! Oder wat? Mein Gott! Können wir nicht schieben? Warte mal kurz! Kann ich da hochlaufen? Sieht so aus, als könntest du! Ja, ich laufe den Berg hoch! Äh! 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 Man nimmt, solange das Rad ja nicht funktioniert, dann funktioniert ja auch der ganze andere Käse nicht! Ja! Ja, aber wie kommen wir denn an das Rad dran? Moment! Vor allem die... Weil ich denke, wir müssen uns das Rad hängen und dann können wir ja da hoch! Aber wie kriegen wir das Rad auf? Eine wichtigere Frage wäre erstmal, wie kommen wir dahin, wo Jay ist? Was? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn jetzt? Wo seid ihr denn jetzt? Wo ist das Rad jetzt? Wo ist das Rad? Ja! Ich laufe mal zum Rad rüber! Da sind wir schon! Da sind vier! Wer da! Hier da! Oh, ach da! Hi! Ha! Hi! Hm, komisch! Ups! Kann man das irgendwie von hier irgendwie bewegen? wenig schlagen die komplette falschen wege irgendwie ja das kann doch nicht wahr sein dass das so kompliziert ist oder hätten wir mit dem boot doch weiterfahren müssen und waren was passiert irgendwas ist passiert ja ich bin jetzt hier oben also wir haben jetzt gerade ungefähr drei viertel von der map einfach mal übersprungen glaube ich ich ertrink jetzt einfach mal absichtlich selbstmord hallo ich will da nicht runter ich werde mit der bibi formuliert so und was hätten wir jetzt was für ein weg hat man einschlagen müssen ich will das jetzt mal sehen da unten ist ein leuchtturm wir hätten eigentlich da hinten ist der wand gerade hochgefahren müssen wir hatten hinten im containerschiff da hinten ich sehe es da kommt man doch nicht durch mehr da hat es einfach da hat es ein bodo anscheinend ein bisschen gebackt wir müssen schieben ziehen keine ahnung irgendwas müssen wir jetzt hier mit dem ding machen also was macht ihr denn da ich versuche gerade eigentlich den gift zu holen hier an dem teil aber es geht irgendwie nicht wir brauchen den lift nicht brauchen wir den echt nicht obwohl doch vielleicht doch brauchen wir wohl wie wieder bis ein genie stoppt ja genau noch ein bisschen vorne ja so passt und jetzt fahren zurück ja wohl fein weg 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 mit dem dreck äh lena du musst damit nicht mitfahren es lohnt sich der ausberg ist schön ich komme nicht auf wiedersehen tschüss tschüss ich komme auch nicht mit wir hängen fest weil ich sehe nichts dafür läuft jetzt das rad ich lass los wir haben geschafft das war ein fehler warte baby was macht ihr denn wieder unten was haben wir denn jetzt gemacht schwer geschuftet wir haben irgendwie komplett die ganze map übersprung ja ja und ich fahr jetzt mit dem rad nach oben genau das ist das ja wir sind mit dem rad nach oben fahren oder nicht oder eigentlich auch nicht jetzt mittlerweile nein müssen wir nicht hä wo gibst du hä das war wohl da ist der exit keine ahnung ach so du willst jetzt über das boot wir wollen darüber jetzt da rein hä wo sind wir denn keine ahnung ihr seid beim ausgang das ist ja aber da kann man so schön da kann man so schön hin laufen das da ist der ausgang was da unten ist ja das riesen ding da ist äh ausgang ok wie können wir das geöffnen also wir müssen mit dem rad hochfahren müssen dann durch über die planke denk ich mal dann da rein jumpen oh nein scheiße ich bin reingeschampft also irgendwie sind wir also weil nämlich da oben ist ein schalter an dem an dem riesenrad da ja genau den muss ich anschalten der muss ja noch angemacht werden und dann ist kommst du da hoch oder nicht ich bin dabei ja stimmt ja sieht gut aus ich will auch ich auch ich schwärf da auch mal mit jetzt sind wir zu schwer kann das sein ja ihr seid wir sind zu schwer dann lass ich halt wieder los super jetzt sind wir alle drei runtergefetzt jetzt hätte alle oben bleiben müssen ja ich bin oben ich fahr nicht mehr es ist offen es ist offen oh tschüss ah weg oh schwarzer bildschirm einfach mal drei viertel der map übersprungen Ja, Leute, das war sehr spannend! Ja! Sehr spannende Folge! Sehr, sehr spannend! War cool! Eigentlich war gecheatet, ne? Achso, tschuldigung! Eigentlich ja! Wir sind übrigens bei 21 Minuten! Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme! Bis dann, tschüss! Tschüss!